Ah, ist schon tot, ist schon tot, also wenn man das jetzt einnimmt, ne, boah, kommt jetzt wahrscheinlich gleich ein Hauptmann rausgraschiert, ach nee, erst mal, hey, da, wie ist das schon wieder zu zweit laufen, ne, auf einer Straße, das ist noch, dazu schon wieder zu viert, 2, 4, 5, 5, ach, fick dich doch, Spiel, oh, wenn man das schafft, ne, dann bin ich echt beeindruckt, 4% habe ich, 123, nö, ich verliere, das wäre jetzt auch zu schön gewesen, aber wenn ich das einnehmen könnte, die ist alles weit weg, warte mal, wenn ich da, nein, die Burg ist definitiv zu weit weg, hier habe ich keine Burg mehr mit Leutnant zu rennen, scheiße, scheiße, Ich habe 4 Leutnant, nein, ja, 2 Leutnant, hey, 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 schick mir die gleich mal los, äh, 2er Leutnant, ach, nö, warte, Da habe ich gedacht, die schickt mir jetzt noch den anderen Leuten mit raus, so war das nicht gedacht, halt, da will ich doch hin, nee, das ist so richtig, das ist schon richtig eingestellt, ne, ich lehne mich gerade mal wieder sehr weit aus dem Fenster, Neuaufnahmestatten hilft immer, Aufnahmeneustatten meine ich, Vielleicht kann ich ihn so ja mal ein wenig zurückdrängen und hier vielleicht auch irgendwann mal eine Verbindung schaffen, das bringt mir wahrscheinlich zwar nicht so viel, aber hey, Oh, geht er da rein? Gut, dass ich zwei Soldaten geschickt habe, die wahrscheinlich beide nicht genug drauf haben, da durchzukommen, aber darum geht es ja nicht, das ist ja nur nebensichtlich, Sieht schlecht aus mit Soldatenankunft irgendwann demnächst, so, Effizienz um 1% gesenkt, gesenkt, wieso, gesiesersenken, ach, das ist meiner, ich denke mir schon, hä, So, der Feind hat da noch einen Leutnant aufgezogen, das geht doch gar nicht, könnte ich noch, möglicherweise, nein, Besser, ich schicke mal noch zwei raus, Ja, Leutnant, zwei heizen, juhu, endlich, ich kann Leutnant zwei heizen, juhu, feier, Und tschüss, Leutnant, tschüss, Punkt, Der gelbe Punkt, Das ist eigentlich auch sie, ihre Leutnant, noch heute, Iuuu, voll die Bogen, voll die Bogen, Jetzt zeige ich auch mal wieder ein paar Valleja, Zwei ein paar lila Launebär, Leutnant, Und ein Unteroffizier, und ein Gefreiten, Ja, ist ein Gefreiten, Alter, Die sind immer noch nicht richtig voll, Ich habe voll die mega Armee, muss ich sagen, Jetzt habe ich nur noch drei Leute an, Was ist der Feind, der auch immer wehren muss, Das ist doch nicht fair, Los, schlag ihm die Fresse ein, Kämpft unfair und gewinnt, Die Gewinner schreiben die Geschichte, Ich fand die vorigenen Leutnant vom Feind rumgelaufen, Oder habe ich nur angenommen, dass da ein Leutnant drin ist, Und da ist gar keine drin gewesen, Ja, ich habe gewonnen, Ein entscheidender Schritt zum Sieg, Hey, ich habe ihn da irgendwie komplett abgeschnitten, Obwohl, da könnte er noch einen Weg durchbauen, Verdammt, doch nicht, Ärgerlich, Das Ärgerlich, Das tut doch ein ineffizientes Weg raus, Ihr macht das schon, Jungs, Das ist nix wert, Ach, das geht nicht, Das bringt es bestimmt total, Was ich da gemacht habe, Das bringt es total, Das ist voll nützlich jetzt so, Ganz toll, wunderbar, herrlich, Einfach grauenhaft, Da ist natürlich ein Haufen Platz, Aber da brauche ich nirgends von Farmer hinzubauen, Moment, da wäre vielleicht gar nicht so schlecht, Obwohl, das wäre besser, Wenn ich mich da hinbauen, Dann muss ich aber das noch einnehmen, Halt, Moment, Da ist er getrennt, oder? Ja, Geile Scheiße, Und da kann ich, Nein, kann ich keine Flagge hinbauen, Ergerlich, Guck mal, ich habe da auch noch einen Leutnant, Ein lila Leutnant, Soll ich den da nehmen, Hä, Wer läuft denn da jetzt los? Hä? Woher kommt er jetzt? Äh, hallo? Jetzt kommt er auf jeden Fall der Leutnant raus, Bei der Gelegenheit könnte ich mal wieder sichern, Ach, er sichert auch, Mäh, Hongs General ist ein Schaf, Das erklärt meine Strategie, Ja, der Schaf meisterhaft ausgearbeitet, Halt, ich muss ja da rüb, Da runter, Irgendwo da hin, Und zweimal Guld erobert, Fällt mir ein, Ich wollte noch ein Infovideo machen, Das mache ich dann später, Dass ich aufhören werde zu Let's Plane, Weil es wohl scheiße ist, Let's Plane, Deswegen höre ich auf, Und mache nie wieder ein Spiel, Ab September, Nein, Das hättet ihr wohl gerne was, Ihr Spastis, Ja, Aber mich werdet ihr nie wieder los, Ich maul, Ich maul nicht tot bin, Ich let's play nämlich direkt aus der Hölle weiter, Scheiß Punk hier, Ich hab ein Bart, Das ist viel besser als ein Punk Haarschnitt, Verpiss dich, Scheiß Punk, Na, Das sieht doch schon viel frontiger aus, Jetzt die Karte, Ich wünsch nur, Ich hätte die Farbe rot, Warum hat der Feind über die coolste Farbe, Außerdem kommen wir an den Kongard, Da haben die Guten die rote Farbe, Also zumindest in der Lammstufe rot, 1 Apropos, Ich hab da angegriffen irgendwo, Apropos, Ich hab da irgendwo angegriffen, Nolo, Lolo, game man leutnantt gibt gleich drauf, gibt gleich drauf, geht gleich gleich. Verstärkung, hier ordnen, sieht schlecht aus. Vor allem sind das alles Hauptmänner, 4 Hauptmänner, und 5 Hauptmänner. Steck ich gleich mal los hier. Gewinnst du, gewinnst du, gewinnst du, beziehungsweise verließ auch ne? ja und tschüss wo kämen die dann her? wahrscheinlich von da irgendwie da sind immer noch nur zwei drin da ist eigentlich noch zwei drin aku ach komm damit haben wir hier 2ся an mit 2en!? ach da oben kommt noch ein gefeiter runter marschiert vielleicht kann der da ja irgendwie n Hauptmann oder der vor dem Schloss runter marschiert und langsam Aval ... ein wenig ablenk aber wenn ich das kriegen würde das wäremos es wird zwar ne ganz reich um ihn abzuschneiden aber da wird so schön viel verbrennen und alles und ah Feuer, Feuer, Feuer Feuerwaffen Alkohol Tabak Ich kann die Wissen, Buttlet einfach nicht nachmachen Ich kann das einfach nicht Ich kann es einfach nicht Oh nein Ja Jungs, ich bräuch da oben mal einen Wie sieht's nah aus? Krieg ich da mal einen? Ach wisst ihr was? Ich greife mal mit meinem Ich hasse euch Och, da ist ein Hauptmann drin Warte ich, beim letzten Mal noch ein Leutnant drin? Nein, richtig Da war ja was War ja eben kein Leutnant drin Sondern ein Hauptmann Vielleicht schafft es der Gefreide jetzt Schon klar, der Gefreide macht das in den Hauptmann klar, das wird ihr jetzt gleich sehen Seht ihr? Er ist so gut wie tot Hm Ich hätte noch irgendwo einen Wo habe ich noch einen? Dö, 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 dö Wo habe ich da noch einen? Du doch vielleicht Ich lasse es jetzt mal drauf ankommen Auch wenn ich keine Soldaten habe Ich will diese Wachhütte Ich will sie! Ich will sie! Richtig heftig die ganze Nacht Was macht denn überhaupt die Fischproduktion? Sie reichen doch nie da gewesen Nein, das ist nicht ganz richtig Da war es am höchsten Mann, wann Werkzeugproduktion ist verdammt niedrig Was macht der Schlosser den ganzen Tag? Ach, er existiert nicht Das erklärt einiges Oh, Brot sieht gut aus Sieht gut aus Viel Brot, viel Brot Brot für die Welt Die Wurst fressen wir selber Hm, 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 hm Nö, ich glaube Der bornscht da nix mehr ab Faule Bagage So, da habe ich noch Wer ist zum Einnehmer Ha, perfekt Oh, da laufen die Leutnants rum Und da kommen meine Die laufen aber unten Die oben Dumme Leutnant Äh, äh, äh Da hin, bitte Ja, voll die Armee Hat der Feind voll Angst Mit seinem Hauptmann Total die Angst hat er bestimmt Scheiß sich richtig in die Hose Von meinen zwei Gefreiten Von meinen zwei Obergefreiten Oh, oh, der läuft da runter Will der da runter? Wirklich wär's Nein, er will nicht da runter Ah, jetzt habe ich mir mal Moment, gedacht du gewinnst Aber Ich habe den Anfang des Kampfes Das ist ja auch nicht gesehen Nein Ich kann Ach, es reicht nicht ganz Das ist aber ärgelisch Das ist minimal drüber Und da lösen sich meine Soldaten auf Oh Gott, sie fallen auseinander Der Kleber hält nicht mehr Verdammt Der ist nicht wasserfest Brauchen wir nicht so viele Wege Sieht nicht schön aus So Sieht's aus Haben wir schon verloren? Ne, einen haben wir noch Einen haben wir noch Der sterben kann Es ist nicht schon einfach Seine ganzen Leute zu verheizen Meine Sehne blutet Bei jedem, der stirbt Oh, Lika Limonade 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 Wie lecker Der macht mir jetzt platt Noch ein Noch ein, noch ein Wo? Wo? Was ist das für einer? Das wäre ein Obergefreuer Ach, ich probiere es nochmal Das wird zwar eh nichts sein Und ich verheize es dann nochmal Das sind das meine Soldaten Aber ich habe es drauf Oh Gott Anzeige, meine Soldaten Ist schon wieder ewig gefallen Ich hatte immer mehr Jetzt habe ich nur noch 98 Egal Ich bin ja erst seit über zwei Stunden Nein Es ist halt eine Eine halbe Stunde Knapp nicht Ey, da unten Ach da Ach so Habe ich nicht gleich gesehen Das sind meine Brille Ach, da ist sie ja So Meine Brille aufsetzen Und dann kann es weitergehen So, jetzt Ja, 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 ja Äh Feind, ne Der Typ mit dem Holzstamm obendrauf, ne Ah Du gewinn Geil 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 Es hat doch nicht ganz gehalten Aber das Schloss Das Fackeln alles mit ab Ist ja Geil Geil, 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 geil Ich kann es jetzt Moment, doch Ich könnte vielleicht Eventuell Möglicherweise Ist das möglich Ist das möglich Ja, ja, ja Ja, ja Geil, es hat funktioniert Ich habe das Gebäude Jetzt noch das Gebäude Und ich bin glücklich Ist da Gold drin Ja, zwei Bahnen Gold Noch bekommen Wunderbärchen Das finde ich jetzt gut War doch gut Dass ich nochmal angegriffen habe Das ist noch niemand darüber Beschwerde Dass ich die Wege beim Gegner Immer wieder abreißt Scheinbar hat man Gefreiter verloren Aber ich kann dann mit einem Recht nah angreifen Wer wäre denn das Wahrscheinlich einer von denen da Oder Habe ich da noch was in der Nähe Nee, ne Schauen wir mal, wer da kommt Nein, der kommt nicht Verdammt Ich hätte fest mit dir gerechnet Ach, da kommt der Ich muss dann mal wieder Warten, bis ich wieder Soldaten habe Glaube ich Fisch sieht gut aus Brot ist stabil Vielleicht ein wenig Fleisch Kohle ist recht niedrig Kohle, Kohle, Kohle Falscher Let's Player Na, jetzt zieht doch den Sein Reichstuhl Viel zu hackt der aus Sieht wirklich recht zu hackt aus Bin überall drin Was Die gehen die Raststoffe aus Das war nicht so gut Da würde ich sagen Ich schließe Was schließe ich denn da Affen und Zwingen Jawohl Ich kann Drei Ich kann Kann ich Fünf versorgen Nee Moment Ich hab Doch Drei Passschuh Ja Wie viel Denkliche Art Ich dieses Lied Dieses schöne Lied Noch verunstalten kann Man darf geschwant sein Halt Ich hab da oben angegriffen Ist da schon einer da Oder bist du schon tot Du bist schon tot Wie es aussieht Schön Schön hast du das gemacht Du bist ganz große Klasse Freu dich nicht Ich hab gerne die ganze Kohle Die da stehen hat Trag die mal alle da hin Und lasst mir dann das Gebäude Erobern Jungs Das wäre echt ein Schöner Zug von euch Geht gleich ein Zuge deine Fresse Kleiner Ich wünsch der Baum Wird er nicht stehen Geht er vielleicht was Nein Geht nix Halt Moment Das wusste ich doch gar nicht Halt Falsches Ding Ich muss ja in die Ecke Da unten Nein Nein Auch nicht Ich bis dahin Da muss ich hin Genau dahin Ja Da kann ich was machen Da lässt ich So Was bringt es jetzt total Hat es total gebracht Ach ja richtig